Der Augenblick ist Ewigkeit. Johann Wolfgang von Goethe. Was will der Dichter uns wohl damit sagen? Weiß ich doch nicht. Aber eins weiß ich, wir müssen jetzt anfangen zu drehen. Los geht's! Wer hat den mit der Charlotte oder hat der nicht? Wer hat was oder nicht? Aber ich muss ja meine Doktorarbeit auch fertig abgeben. Erst einmal müssen wir Geld verdienen, nicht wahr? Frau Wiesenbusch? Frau ***, bitte. Immer noch Frau ***? Egal. Bitte, Frau Klost. Ja, was soll ich denn sagen? Von Maise befreit sind Strom und Bäche. Durch den frühlingsholdenbelebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Sie sollen den Leuten erzählen, dass sie sich das aufs Brot schmieren. Das würde ich mir nie aufs Brot schmieren. Mikro hoch. Ach, halt's Maul. Hm, wie die schmeckt. Blauklo. Sie müssen sagen, mit dieser Marmelade werden Sie geholfen. Die ist besser als wie man denkt. Ich kenne mir da aus. Aber das ist doch ehemaliges Deutsch. Ich bin doch nicht doof. Das merke ich doch. Sie sollen jetzt sagen... Moment. Was ist denn du schon wieder? Ich muss arbeiten, Geld verdienen. Ich habe jetzt keine 20 Euro. Wofür brauchst du denn schon wieder 20 Euro? Zum tanken? Ich habe dir doch schon gestern 10 Euro gegeben. Frau Kloth. Können wir jetzt bitte weitermachen? Das ist mir doch alles egal hier. Ich muss echt die Kohle verdienen, die die Verzockt hat. Frau Kloth. So bleiben Sie doch cool. Wir machen das Ganze jetzt nochmal von vorne. Wir machen das Ganze.